Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir führen heute einfach mal die Reihe fort mit der ganzen Börsenvorstellung. Vor zwei Wochen habe ich euch PrimeXBT schon mal komplett vorgestellt. Das heißt, was wird auf der Plattform geboten, was sind die Gebühren, wie tradet ihr Margin, also das heißt mit Hebel dort. Wie meldet ihr euch an ohne KYC? Ganz wichtig, ihr müsst hier kein KYC weiterhin machen, da hat sich nichts geändert. Und nachdem dann doch mal die Frage aufkam, hey Manu, wie funktioniert das überhaupt mit dem Copy Trading, möchte ich heute nochmal explizit auf das Copy Trading eingehen, beziehungsweise auf das Co-Vesting auf die Plattformen ganz im Reinen, sage ich mal. Den Link zu PrimeXBT findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung, genauso wie den Link zum alten Video, wo ich euch die Börse komplett schon mal vorgestellt habe. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach gleich mal an mit der Vorstellung. Ihr habt euch einen Account angelegt, dann müsst ihr eigentlich im Endeffekt nur noch hier oben auf dieses Copy Trading draufklicken und dann werden euch die ganzen Copy Trader in Anführungszeichen erst einmal vorgestellt. Wie ist die Seite aufgebaut? Ihr seht hier im Endeffekt alle Trader, die es gibt momentan, die ihre Trades bzw. Copy Trading im Endeffekt anbieten. Ihr seht es hier unten, momentan sind es 124 Leute, die das anbieten. Dann können wir hier zum Beispiel mal Nummer 1 einfach rauspicken. Ihr seht hier, wie ist die Gesamtrendite, wie ist die Rendite heute, wie viele aktive Tage ist er vor allem auf dieser Plattform aktiv. Ist es nur einen Tag, wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Umso länger natürlich jemand auf dieser Plattform aktiv ist bzw. so länger er das Copy Trading anbietet, desto seriöser, meines Erachtens zumindest, ist dieser Trader im Endeffekt dann auch. Dann seht ihr auch, wie viele Leute folgen diesem Trader, die Leistung nochmal dargestellt und dann wie viel Eigenkapital der Follower er verwaltet. Er verwaltet zum Beispiel hier knapp 320.000 US-Dollar und noch eine Rating, wo ihr natürlich auch seht, wie ist so die Erfahrung mit ihm. Aber darauf würde ich ehrlich gesagt ein bisschen weniger erstmal eingehen. Wir klicken uns jetzt einfach mal bei Billy rein. Ihr seht dann, wenn ihr das aufmacht, wenn ihr auf Folgen klickt, wie viel ist dieser Mindesteinsatz, der liegt momentan bei 0,001 BTC. Eintrittspreis, das ist so eine Gebühr, die ihr halt dann zahlen müsst, ist dann 1%, das heißt 0,00001 BTC. Die müssen hinterlegt werden, das heißt dafür zahlt ihr im Endeffekt, dass ihr jetzt diesen Copy Trading beitretet. Erforderlich ist dann somit insgesamt 0,00101 BTC, die ihr mindestens verfügbar haben müsst. So, dann kommen wir natürlich zu den Gebühren. Es gibt sogenannte Managergebühren aus dem Gewinn, das heißt ihr macht jetzt zum Beispiel 100 Dollar Gewinn. Also euer Einsatz, ihr seid mit 100 Dollar rein, mal als Beispiel. Dann macht ihr 100 Dollar Gewinn. Dann werden von diesen 100 Dollar 20% genommen, das heißt 20 Dollar im Endeffekt. Die an diesen Manager gehen, beziehungsweise an den Trader. Das heißt, der Trader macht von euren 100 Dollar, kriegt er 20% ab. Und dann gibt es noch eine Plattformgebühr aus Gewinn. Das heißt auch hier, wenn ihr jetzt 100 Dollar Gewinn macht, kriegt die Plattform auch nochmal 20%. Ist dann im Endeffekt ganz einfach. Ihr habt dann ganz einfach 60 Dollar Gewinn erwirtschaftet, den könnt ihr dann auch behalten. Natürlich, bitte beachten, das Befolgen einer Strategie mit Co-Vasting, Copy-Trading-Modulen, Risiko-Kapitalverlust. Das sollte aber natürlich jedem klar sein. Also ich würde bei sowas sowieso nur mit Kapital reingehen, wo ich bereit bin zu verlieren. Das gilt aber nicht nur beim Copy-Trading, das gilt generell beim Trading überall. Immer nur mit dem Kapital reinzugehen, was man bereit ist zu verlieren. Wenn es jetzt bei jemandem, keine Ahnung, der 1000 Dollar zur Verfügung hat, 100 Dollar sind, die er verlieren kann, okay, dann, man kann es gerne ausprobieren. Die Gebühren finde ich eigentlich ganz human. Also wenn man da wirklich sein Kapital verdoppeln kann, zahle ich auch gerne 40% davon ein. Aber die 60% sind im Endeffekt, wenn man es ganz einfach sagt, passives Einkommen. Also das ist auch so mit der Grund, wo auch PrimeXPT mit wirbt. Man kriegt passives Einkommen durch dieses Copy-Trading. Dann müsst ihr nur noch auf Ich bestätige und dann könnt ihr auf Folgen klicken. So, und auf was sollte man jetzt achten? Wir gucken uns jetzt nochmal Billy ganz genauer an. Dafür klicken wir jetzt einfach mal auf seinen Namen. Da seht ihr dann nochmal den Gewinn insgesamt, den Gewinn heute. Eigenkapitalmanager, also 20.000 US-Dollar. Fremdkapital 233.000 US-Dollar. Und Eigenkapital der Follower 317.000 US-Dollar. Aktive Tage finde ich persönlich, ich habe es ausprobiert mit einem anderen Account, das ist ja jetzt nur ein Test-Account, finde ich sehr wichtig darauf zu achten. Es gibt Leute, klar, die haben jetzt mal einen guten Tag, die sind jetzt einen Tag dabei, machen 50%. Davon sollte man sich im Endeffekt nicht blenden lassen. Würde ich wirklich aufpassen mit. Macht lieber so. 50, 60 Tage, ihr könnt euch das auch, wir können auch gerne nochmal zurückgehen. Ein bisschen filtern hier oben über die Einstellungen. Gesamt, wie viel Rendite ist euch wichtig? Über 50%. Heute würde ich dann wirklich mal außer Acht lassen, weil die Märkte, man kann nicht jeden Tag profitabel sein. Das bin ich persönlich auch nicht. Es gibt Tage, die laufen gut, es gibt Tage, die laufen dann halt nicht so gut. Dann aktive Tage, könnt ihr auch rausfiltern, über 30, über 60, über 90 Tage. Anhänger, wie viele Anhänger folgen ihm? Also hier die Follower, wo wir gerade eben besprochen haben. Also ihr habt da genug Möglichkeiten, das zu filtern. Trotzdem gehen wir jetzt mal auf den ersten momentan, das ist Billy. Da könnt ihr dann auch nochmal einstellen, okay, wie ist die Performance überall? Da seht ihr dann die Tagesanzeige, 30 Tage, die letzten 30 Tage, okay, seht ihr immer, hm, ist relativ gut gelaufen. Was ihr dann auch noch machen könnt, ihr könnt nicht nur nach Tagen filtern, sondern nach Monaten. Dann seht ihr das nochmal viel besser. Also ihr könntet es hier sehen, im September letzten Jahres hat Billy 944% erwirtschaftet. Der letzte, also Oktober, ist dann mit minus 20%, aber das kann man dann wiederum verkraften. Also das ist mir persönlich wichtig, wenn ich das mache, zu gucken, wie ist die Performance einerseits nach Monaten, andererseits dann aber auch nach Tagen, wie verhält sich der Account. Und der ist jetzt zum Beispiel relativ profitabel. Man sieht es hier, Rentabilität, 7 Tage, 30%, 30 Tage, 1700%, 90 Tage, 1600%. Und ihr kennt die Kryptokurse. Man kann ja beim PrimeXBT nicht nur Kryptowährungen traden, man kann ja auch Dow Jones, was weiß ich was, Währungen traden. Also es fällt da alles mit rein. Und dafür finde ich das wirklich top. Also wie gesagt, ich habe es getestet, habe mich auch mal ein bisschen rumprobiert, ich bin positiv rausgekommen, aber das soll natürlich kein Anreiz sein. Also Leute, ihr müsst da wirklich aufpassen, mit wie viel Geld ihr reingeht. Nur weil jetzt jemand hier mit 14.000% fast wirbt, setzt nicht euer ganzes Kapital rein. Das ist mir persönlich echt wichtig und jedem einfach nur, jedem extrem wichtig, setzt nur das Kapital ein, was ihr bereit seid zu verlieren. Wir können uns jetzt mal jemanden angucken, hier zum Beispiel, der ist einen Tag dabei, hat aber schon krasse 280% gemacht. Ne, aktive Tage, sorry, das war falsch. Wir haben es hier, drei Tage, 36 Follower und hat 362% gemacht. Krasse Leistung, wäre mir jetzt aber ehrlich gesagt zu risikoreich. Einfach nur, weil ich es drei Tage, klar, man kann mal einen guten Short-Trade drin haben mit einem hohen Hebel und dann hat man schnell die Prozente. Also da wäre ich wirklich vorsichtig, sortiert das wirklich ein bisschen aus. Persönliche Erfahrung ist, umso länger die Leute dabei sind, also umso aktiver, desto besser. Also jetzt nicht so acht Tage, sechs Tage, wäre mir persönlich, persönliche Meinung, ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt. No financial advice, by the way. Machen, was ihr wollt. Aber ich würde da schon immer ein bisschen nach Tagen gehen, auch mal in die Monate reingucken, wie lange ist er aktiv, wie oft ist er aktiv und vielleicht ein bisschen auf dieses Rating eingehen. Klar, man sieht es hier drüben, es hat nicht viele Auswirkungen. Aktive Tage hier, 140 hat nur einen Stern. Also danach würde ich jetzt auch nicht so Prioritäten setzen. Wichtig ist, ihr klickt euch die Person an, die für euch interessant ist, schaut dann, okay, Gesamtrendite, Gewinn, Eigenkapital, Fremdkapital, Follower, schaut euch nach Monaten um. Hier seht ihr zum Beispiel, 444%, also durchgehend, klar, die Gewinne werden kleiner. Da könnt ihr euch einfach mal ein bisschen rumklicken und das ist wirklich easy gehalten. Das heißt, ihr zahlt im Endeffekt euer Geld rein. Entweder direkt Bitcoin, ihr könnt aber auch über PrimeXBT direkt kaufen, ist auch eine Möglichkeit. Ansonsten ist es easy. Einfach auf Folgen klicken, euren Eintrittspreis im Endeffekt eingeben. Hier könnt ihr zum Beispiel mit USDT Anzahlung, Gebühren bleiben gleich und dann einfach loslegen, testen, aber wirklich testen. Nicht jetzt mit Riesenkapital, ich kann es nicht oft genug sagen, nach reingehen, wirklich mit wenig Kapital durchklicken. Ist es überhaupt was für euch? Gefällt euch das überhaupt? Oder seid ihr dann doch lieber die, wo selber traden wollten? Es ist jedem freigestellt. Es ist eine Art mögliches, passives Einkommen zu kriegen. Klar, es ist natürlich absolutes Verlustrisiko, aber lasst euch auf jeden Fall nicht von den Prozenten hier beeindrucken. Geht da ganz neutral an die Sache rein, ankundigt euch, geht vielleicht auch, wenn ihr nur wollt, wirklich mit 100 Dollar maximal da rein und testet es einfach mal. Das ist mir persönlich extrem wichtig. Sonst gibt es hier wenig zu sagen, ihr könnt euch hier wirklich komplett durchklicken. 54 Leute hier. Wir können uns auch mal ein Minus einfach mal angucken, ob das jetzt nur heute zum Beispiel hier ist, hier heute Minus 2,82. Bitcosaurus App. Schauen wir uns mal die, hier war die Performance relativ schlecht die letzten Tage. Schauen wir uns das jetzt auf Monatsicht mal an, war es auch, das wäre jetzt zum Beispiel für mich jetzt, es ist zwar im Endeffekt ziemlich Null auf Null, wenn man das jetzt so sieht, dann guckt mal hier unten an, Rentabilität, 90 Tage, Minus 30 Prozent, also da wäre ich dann vorsichtig. Schaut euch einfach so die Performance der letzten Wochen, Monate an. Ansonsten gibt es nicht viel mehr dazu zu sagen. Ihr könnt noch der Covesting Community beitreten, das ist ein Telegram Chat, den Link werde ich euch auch unten in die Videobeschreibung packen. Könnt ihr einfach dann Telegram beitreten. Ansonsten hoffe ich, ich konnte euch das Covesting, beziehungsweise das Copy Trading ein bisschen näher bringen. Probiert es aus, wenn ihr wollt, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, einfach Telegram Nachfragen bei mir in der Gruppe, unter dem Video, oder bei PrimeXBT dann persönlich, die haben ja auch noch eine Telegram Gruppe. Schaut einfach vorbei, würde ich mich freuen. Dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Video wieder und dann wie immer, Stay Crypto!